Und Online-Prüfung sahen, würde ich sagen, für viele von uns erst mal nach einer klassischen irgendwie Lose-Lose-Situation aus. Also ich glaube, das Problem war, dass halt viele einfach absolut überhaupt gar keine Erfahrung damit hatten. Und deshalb sah es aus Lehrendensicht nach einer verlierenden Situation aus, weil man jetzt irgendwie total Angst hätte, dass die Studierenden dann sich untereinander wie verrückt austauschen, dass sie natürlich Sachen im Internet recherchieren, dass sie sich möglicherweise auch über Contract-Cheating sozusagen extern die Prüfungsleistung einkaufen. Und es einfach total schwierig abzusehen war, was da alles so passiert, auch wie man das technisch sicher umsetzen kann, was sozusagen rechtliche Hürden angeht und so weiter und so fort. Und auch aus, ich habe mich auch mit sehr vielen Studierenden unterhalten, auch aus Studierendensicht sah es eigentlich irgendwie klassisch nach einer Lose-Situation aus, weil den Studierenden natürlich sehr bewusst war, dass in so Open-Book-Prüfungen, naja, sich eben die Fragenformate ändern werden. Und deshalb die ganzen schönen Klausuraufgaben, Kataloge, die die Fachschaften über Jahre und Jahrzehnte gesammelt haben, auf einmal wertlos werden werden, weil ja alle Prüfenden sich vermutlich eben ganz neue oder zumindest relativ neue Prüfungsformate ausdenken werden, was zum Teil dann vielleicht auch passiert ist. So, nichtsdestotrotz haben wir uns für eine Open-Book-Online-Prüfung entschieden, einfach weil wir Proctoring, sagen wir mal, sehr kritisch gegenüberstanden, eher mit der Meinung daran gegangen sind, wir sollten eher unseren Studierenden vertrauen als der Technik. Und das ist ja in den Grundlagen der Elektrotechnik in dem Fach, über das ich spreche, eigentlich auch gar nicht so schwierig ist, wirklich kompetenzorientierte Prüfungen durchzuführen. Und wir zum Beispiel eben auch einen sehr großen Prüfungsaufgabenkatalog im Hintergrund haben, mit der sich Prüfungsaufgaben sehr einfach randomisieren lassen. Dann haben wir auch Studierende schon vorher im Laufe des Semesters häufiger Sachen online hochladen lassen, die sie handschriftlich gelöst haben. Das heißt, den Studierenden war einfach dieses Prinzip, man rechnet irgendwas handschriftlich, fotografiert das, abscannt das, einlädt das hoch, das war ihm bekannt. Darüber konnten wir auch sagen, naja, ihr habt im Laufe des Semesters schon mehrfach etwas hochgeladen. Im Zweifel könnten wir auch eine Schriftprobe zum Beispiel machen mit dem, was ihr dort jetzt in der tatsächlichen Prüfung einreicht. Also wir fühlten uns da recht sicher und das ganze Thema Proctoring klang für uns nach ziemlich viel Schmerz an der Stelle, sodass das, ja, vielleicht einfach die, es sah nach der effizienteren, schöneren und für alle besseren Lösungen aus, es so zu tun. So, dann habe ich ein bisschen was programmiert. Natürlich als Ingenieur ist das kein Problem. Unser Klausuraufgabenkatalog ist in Lattich abgelegt. Da habe ich ein MATLAB-Skript ringsherum gebaut, was eben aus, wir haben ungefähr 250 bis 300 Prüfungsaufgaben, was dann aus diesen Aufgaben komplett automatisiert individuelle Prüfungsbögen zusammenstellt, sodass jeder Student, jede Studentin, jede Prüfungsteilnehmerin individuelle Aufgaben bekommt, die natürlich trotzdem von den Themen und vom Schwierigkeitsgrad her vergleichbar sind. Da war dann einfach sowas drin, dass die Gesamtpunktzahl am Ende innerhalb eines gewissen, gewissen Rahmens liegen muss. Wenn das nicht der Fall war, hat das Skript einfach die Aufgaben nochmal neu gewürfelt. Und die erste Seite bestand dann aus ein paar allgemeinen Hinweisen, was für Hilfsmittel erlaubt sind und was eben auch nicht erlaubt sind, wie die, wie die technische Abwechslung, Abwechslung funktioniert. Und dann, da das ja eh per PDF den Studierenden an ihre studentische E-Mail-Adresse geschickt wurde und wir das nicht ausdrucken mussten, was ich dann im Nachgang irgendwie einen sehr, sehr, sehr großen Vorteil fand, spielte Platz auch kein Problem, sodass ich einfach immer eine Aufgabe auf eine Seite getan habe und dann direkt unten einen entsprechenden Link, wo die Studierenden genau die Lösung dieser Aufgabe hochladen sollten und das Ganze als Link in der PDF-Datei anklickbar und auch nochmal mit einem QR-Code, den man dann eben mit dem Smartphone direkt scannen konnte, um dort eben seine Prüfung abzufotografieren und hochzuladen. Ich habe mal die Themenbereiche für die Leute, die ein bisschen in Elektrotechnik drinstecken, hier aufgelistet. Da sind so alle Sachen dabei, die eben zwei Semester Grundlagen der Elektrotechnik abbilden. Und ich habe mal dahinter geschrieben, wie viele Aufgaben wir jeweils zu den jeweiligen Themenbereichen haben. Da sieht man, das sind mal ein paar mehr und ein paar mal weniger, aber so um die 20 im Schnitt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich nehme aus diesem ersten Themenbereich eins aus zwölf und dann hier eins aus 32 und eins aus 26 und so weiter. Und ich habe da mal ausgerechnet, da kommt man eben tatsächlich schon auf eine ganz erkleckliche Anzahl von unterschiedlichen Klausuren, die man daraus generieren könnte. So viele Studierende haben auch wir nicht natürlich in den Grundlagen der Elektrotechnik. Also das ist mehr als ausreichend. Also die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Studentinnen exakt die gleichen Aufgaben bekommen, die ist äußerst gering. Dass zwei Leute natürlich mal eine Aufgabe gleich haben, das kommt schon mal vor. Dann könnten die sich, so ist dann ihre Zeit erlaubt, sich natürlich da auch mal austauschen. Würden wir jetzt aber auch nicht weiter schlimm finden, weil auch im normalen Berufsleben muss man sich manchmal über die Lösung von Problemen austauschen. Natürlich sollte das nicht bei der ganzen Klausur ein Fall sein. Also dieser Punkt, dass Studierende in der Online-Prüfung möglicherweise gemeinsam zu Hause sitzen und gemeinsam die Aufgaben bearbeiten, der war damit auf jeden Fall eingepreist in das Prüfungssystem. Dann haben die Studierenden eben handschriftlich auf einem Zettel mit einem Stift diese Aufgaben gelöst. Es gab auch ein paar, die das direkt am Bildschirm gemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen das eigentlich auf Papier haben, weil da möglicherweise Leute bevorzugt bevorteilt sein könnten, die eben diese Technik, dass man direkt an einem Lektorbildschirm meinetwegen das schreiben kann, ein bisschen bevorteilt, weil man da einfacher Sachen löschen, wieder hin und her schieben kann. Ansonsten ist dieses etwas handschriftlich Aufschreiben für uns in den Grundlagen Elektrotechnik total wichtig, weil wir halt Formeln brauchen, wir brauchen Diagramme, Schaltbilder und all solche Sachen kriegt man halt nicht gut in so rein digitalen Multiple-Choice-Zahlenwert-Einheit-Aufgaben und so unter. Dann haben die Studierenden eben diese Prüfungsaufgaben gelöst und haben sie dann entsprechend in einem Moodle-Assign-Format hochgeladen. Also so eine klassische Einreichung Moodle, da hatten wir eben für jede Aufgabe ein eigenes Formular, sodass man auch, wenn man eine Aufgabe fertig hatte von den zehn Aufgaben, die ich schon mal hochladen konnte, man hätte ja auch sagen können, okay, am Ende gibt es eine Alles-oder-Nichts-Einreichung. Das wollten wir nicht machen, weil das natürlich Leute dann, gerade wenn am Ende irgendwie eine Internetverbindung zusammenbricht, das für sie ein bisschen schwieriger macht. Hier konnte man auf jeden Fall dann auch schon Zwischenergebnisse hochladen. Dann haben die Studierenden natürlich auch in einer Online-Prüfung zwischendurch Fragen. Ich saß dann in meinem Büro, war in einem Zoom-Meeting, stand dort für Fragen bereit, habe natürlich auch mein Bürotelefon gehütet, weil wenn bei Studierenden das Internet ausfällt, geht natürlich auch kein Zoom mehr, aber das Telefon geht meistens noch. Es gab dann auch viele Anfragen, insbesondere am Anfang und am Ende. Und interessanterweise, es waren auch ein paar Studis, obwohl sie es gar nicht mussten, sozusagen die ganze Zeit in diesem Zoom-Meeting drin, so ein bisschen Fear of Missing Out. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie eine wichtige Info da. Und haben ihr mir, ich habe natürlich da nebenbei auch irgendwas anderes gearbeitet, mir bei der Prüfung zugeschaut. Und Proctoring einmal andersherum. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis für alle Leute, die sagen, oh, wie soll denn das funktionieren mit den Online-Prüfungen, ist, wenn man sich am Ende die Punkteverteilung anschaut, ich habe jetzt mal hier nicht die daneben gelegt von einer Präsenzprüfung, die wir vorher hatten, aber die sehen im Prinzip genauso aus. Die Notenverteilung am Ende oder die Punkteverteilung der Gesamtpunktzahl, die gaussische Glockenkurve wurde eben auch bei den Quizzen gerade schon mal angesprochen. Die haben wir auf jeden Fall am Ende der Online-Prüfung dort auch gesehen. Also es gab einige Leute, die, es gab diesmal, glaube ich, keinen, der eine Eins hatte, aber es gab auf jeden Fall einen erklecklichen Anteil an Zweien und natürlich so den Großteil von Personen, die eine Drei oder Vier. Und es sind auch Leute natürlich durch diese Online-Prüfung, obwohl die Studierenden rein prinzipiell irgendwie alle Möglichkeiten der Welt hatten, auch Computerprogramme, Simulationssoftware, Netzwerksimulatoren zu benutzen, haben nicht erfolgreich an dieser Prüfung teilgenommen. Was bei Online-Prüfungen natürlich noch sehr nett ist, ist, dass man gerade über so ein Lernmanagementsystem wie Moodle noch eine ganze Menge Learning Analytics machen kann und zum Beispiel mal sehr nett auswerten kann, wann dann die Studierenden einreichen. Ich habe hier mal in einem Zeitdiagramm die letzten 60 Minuten vor der Einreichungsfrist, also die Studierenden hatten drei Stunden Zeit für die Prüfung und weitere 30 Minuten haben wir ihnen zugestanden, um die Ergebnisse abzufotografieren und hochzuladen. Und diese, also die eigentliche Prüfungszeit endete sozusagen hier und ab dann sollten sie wirklich nicht mehr rechnen, sondern fotografieren, hochladen. Und da sieht man, dass das wirklich auch bis zur letzten Minute genutzt wurde, wenn man jetzt noch ein bisschen den Leuten mehr Zeit gegeben hätte und die Kurven hier so ein bisschen nach oben extrapoliert, hätte vielleicht der eine oder andere noch ein bisschen was eingereicht. Ansonsten, ja, ist es so ein bisschen das eingetreten, was wir vielleicht auch vorher vermutet haben, gerade also die studentischen Internetverbindungen, insbesondere wenn die Studierenden dann nicht direkt in Magdeburg wohnen, sondern in der Altmark an der berühmten Milchkanne, wo es kein 5G gibt. Dann kann ja die Internetverbindung auch mal schlecht sein. Auch das war so ein bisschen so ein Grund dafür, uns gegen Proctoring zu entscheiden, weil jetzt bei dieser Form von Prüfung, zumindest wenn die Internetverbindung mal kurzzeitig da ist und kurzzeitig gut ist, dann können die Studierenden damit ja ihre Ergebnisse hochladen. Wir hatten selbst vielleicht als kleine Anekdote am Rande in einer Senats- und Kommissionsstudium und Lehresitzung an der Ofco das Problem, dass der Rektor unserer Universität in einem Meeting, das in der Uni gehostet wurde, und er saß auch in seinem Büro, um dort etwas zum Thema Prüfung zu sagen. Auch ihm brach für fünf Minuten die Internetverbindung weg und er wurde aus dem Zoom-Meeting rausgeworfen. Und das war so ein Punkt, das war so einige Monate vorher, wo wir gesagt haben, wenn selbst schon der Rektor einer Uni es nicht schafft, in der Uni eine stabile Internetverbindung zu haben, um ordentlich geproctort zu werden während einer Prüfung, dann ist das nichts, was wir unseren Studierenden auch antun wollen. Mal ganz davon abgesehen, dass natürlich auch viele Studierende unter prekären Bedingungen wohnen und gar nicht zu Hause so die räumlichen Bedingungen haben, dort diese videofernüberwachten Prüfungen über sich ergehen lassen zu müssen. Nichtsdestotrotz, also die Internetverbindung funktionierte schon für die meisten ganz gut. Erwartungsgemäß wurde sie dann zum Ende schlecht. Ich hatte dann ein paar Anrufe, wo Leute dann gesagt haben, das Internet geht gerade nicht, kann ich mal noch irgendwie zehn Minuten länger haben oder fünf Minuten länger, um meine Ergebnisse hochzuladen. Das haben wir dann alles geredet bekommen. Wir hatten auch vorher den Studierenden angeboten, eine Prüfsumme ihrer Dateien zu erzeugen und die hochzuladen und dann sozusagen in Ruhe die Dateien nachzusenden. Das hat aber niemand genutzt. Also ist glaube ich auch nichts, was wir bei weiteren Online-Prüfungen machen würden. Ansonsten eine interessante Erkenntnis, Videos helfen auch nicht. Ich habe zu einigen dieser Prüfungsaufgaben, die in vorherigen Prüfungen natürlich schon mal dran waren, Videos erstellt für eine Flip Classroom Video Klausur nach Besprechung. Und diese Videos dümpeln natürlich auch in diesem Internet herum und wie es der Zufall so will, haben auch Studierende in der jetzigen Prüfung eben Aufgaben zugelost bekommen, zu der es genau zu dieser Aufgabe zufälligerweise die Lösung als Video irgendwo gibt. Das hat einigen Studierenden trotzdem nicht geholfen. Es gab offensichtlich auch einige Studierende, denen das möglicherweise geholfen hat. Die haben dann sehr nett in die Kommentare reingeschrieben, als Lösungshilfe habe ich da diese Videos benutzt. Aber das waren immer Ausnahmen sozusagen. Ansonsten für mich zusammengefasst, also der Vorbereitungsaufwand aller Anfang ist schwer. Der war auf jeden Fall erstmal höher. Ich glaube, wenn man das jetzt nochmal ein zweites, drittes Mal machen würde, wäre der Vorbereitungsaufwand vergleichbar und eher kleiner zu einer klassischen Papierklausur in Präsenz, einfach weil man das alles online abwickeln kann und weil man eine ganze Menge automatisieren kann. Die Durchführung war total einfach. Alles lief automatisiert ab über das Moodle. Die Studierenden haben die Aufgaben per E-Mail zugeschickt bekommen und man brauchte nur eine Person, nämlich mich, um das sozusagen nicht zu beaufsichtigen, sondern einfach für technische Fragen zur Verfügung zu stehen. Und die Korrektur war auch einerseits einfacher, weil ja schon alles digitalisiert war. Und wenn dann die Kollegen so mit Zeichentablets, so wie mit diesem hier, korrigiert haben, funktioniert das eben direkt im Moodle. Die Studierenden haben sofort gesehen, oh, meine Aufgabe wurde jetzt korrigiert. Ich habe da diese und jene Punkte draufbekommen. Ich habe da die und die Rückmeldung draufbekommen, schrieben dann auch sofort E-Mails, wenn sie sich irgendwie unfair bewertet gefühlt haben. Das hat auch eine Klausureinsicht am Ende komplett obsolet gemacht. Und na ja, was natürlich den Korrekturaufwand für die Kolleginnen etwas hochgetrieben hat, ist, dass sie sich eben bei jeder studentischen Lösung letztendlich auch in eine neue Aufgabe reindenken mussten aufgrund dieser individualisierten, personalisierten Klausuren. Dann vielleicht noch ein paar Worte zu dem, dass wir das jetzt auch in Präsenz gemacht haben. Also wir haben dann vielleicht um dem Contract Cheating und um sozusagen für alle nochmal etwas gleichere Bedingungen zu schaffen. Auch vielleicht ein bisschen auf Wunsch der Studierenden, die das fairer fand, gesagt, wir machen im Sommersemester die Prüfung wieder in Präsenz in den besprochenen Messehallen. Alle dürfen aber Laptops, Computer, Handys, Bücher, Skripte mitbringen. So saßen dann die Studis im Endeffekt in der Prüfung. Ich habe mal eine kleine Statistik gemacht. Sozusagen das beliebteste Hilfsmittel war das Smartphone. Wir haben nur zwei Studis, haben es ohne Hilfsmittel probiert. Die habe ich dann auch mal darauf angesprochen. Der eine hat gesagt, ich habe das leider nicht gewusst. Ich habe es irgendwie verschlafen, dass wir das mitbringen können. Und der andere hat gesagt, ich habe das alles im Rucksack, aber das lenkt ja auch ab. Ich vertraue mir erst mal selbst. Ich probiere das erst mal ohne. Und wenn ich nachher was brauche, dann hole ich das noch raus. Das fand ich irgendwie auch eine ganz interessante und mutige und weise Einstellung. Ansonsten, wofür ich natürlich in so einer Prüfung ein Laptop nutzen würde als Lehrperson ist, ich würde Sachen in MATLAB rechnen, Gleichungssysteme lösen, mit komplexen Zahlen rechnen, vielleicht Sachen auf Wolfram Alpha machen, dann Netzwerksimulationsprogramme nutzen oder Computer-Algebra-Systeme. Ich glaube, den Studierenden war in der Situation, trotz der Online-Prüfung im letzten Semester und dass sich das vielleicht irgendwie eigentlich rumgesprochen haben sollte, gar nicht so bewusst, was für ein super mächtiges Werkzeug sie da jetzt auf einmal auf ihrem Prüfungstisch zu stehen haben konnten. Und die haben halt die Prüfung, den Laptop während der Prüfung eher für so aus meiner Sicht relativ banale Sachen benutzt, wie eine Volltextsuche im Skript oder ein Buch zu machen oder durch irgendwelche Vorlesungs- und Übungsmitschriften zu scrollen oder vielleicht mal noch was bei Wikipedia zu recherchieren, was ja auch okay ist, aber ich hätte das hier drüben viel stärker und viel mehr vermutet. Ansonsten auch dort, Punktverteilung der Gesamtpunktzahl sieht aus, wie bei allen Prüfungen sie so aussieht. Also hier sind tatsächlich mal wieder leider relativ viel durchgefallen. Eigentlich würde man die Spitze hier bei unter 30 Prozent, vielleicht eher bei über 50 Prozent vermuten, aber naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall gab es hier auch mal wieder eine sehr solide Spitze in dieser Prüfung. Ansonsten, und das ist das, was mich jetzt im Nachgang so in diesem direkten Vergleich tatsächlich genervt hat, ist dieser Papierkrieg, Papier über Papier, man muss das vorher alles ausdrucken, dann ist es für die Kollegen vielleicht ganz nett, weil man auf Papier mit einem Stift irgendwie ganz gut korrigieren kann. Aber wenn die Studierenden dann Fragen hatten, dann muss man wieder sagen, ja sorry, ich habe deine Prüfung gerade nicht hier, die ist halt irgendwo bei einem Kollegen im Büro, ich kann dir da keine Frage zu beantworten. Und am Ende scanne ich das, muss ich das sowieso alles einscannen, um es irgendwie digital zu archivieren und den Studierenden für die digitale Prüfungseinsicht zur Verfügung zu stellen. Also eigentlich hat diese analoge Abwicklung für mich da nur deutlich, deutlich mehr Arbeit gemacht. Sodass ich auch in Zukunft eigentlich sehr gern bei reinen Online-Prüfungen bleiben würde oder zumindest bei der Präsenzprüfung den Studierenden sagen würde, schreibt mit Zettel und Stift, aber fotografiert es am Ende ab, ladet es hoch. Ihr kriegt auch die Aufgaben vorher per E-Mail digital zugeschickt. Das Einzige, wo sozusagen Papier ins Spiel kommt, ist die Stelle, an der ihr eure Lösung aufschreibt. Und alles davor, die Aufgabenverteilung und alles danach passiert halt komplett digital. So, dazu jetzt meine sechs Thesen, um schon mal die darauf folgende Diskussion ein bisschen einzuheizen. Die erste These lautet, eine reine Digitalisierung vorhandener analoger Prüfungsformate ohne weitere Anpassung an das digitale Format. An die Kultur der Digitalität ist nicht sinnvoll, ist nicht zielführend. Gibt es einen schönen Spruch von Thorsten Dörks, ehemaliger CEO von Telefonica. Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen Scheiß digitalen Prozess. Ich denke, das gilt auch für Prüfungen. Zweite These ist, das Internet gehört intrinsisch zur Lebenswelt unserer Studierenden und wir können es nicht in Lehrveranstaltungen und auch in Prüfungen nicht ausblenden. Das gehört dazu. Man muss sich geeignete Prüfungsformate überlegen, die sozusagen internetfest sind. Wie auch immer man das dann in den jeweiligen Lehrveranstaltungen und sozusagen Fachkulturen umsetzt. Dritte These, es gibt ein paar außerfachliche Kompetenzen, die man in dem 4K-Modell zum Beispiel ganz gut zusammenfassen kann. Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken und die kommen in bisherigen Prüfungen eher wenig vor. Also wir brauchen eigentlich Prüfungsformate, die die fachlichen Kompetenzen mit Schlüsselkompetenzen zusammenbringen und gemeinsam abprüfen. Zum Beispiel, indem man sich Aufgaben überlegt, die Studierende zusammen bearbeiten oder Aufgabentypen, wo diese Zusammenarbeit tatsächlich total notwendig ist, die man alleine überhaupt gar nicht lösen kann. Dann, vierte These aus meiner Sicht, Proctoring und Video-Fernüberwachung sind also nur notwendig, wenn man wirklich sozusagen unpassende Aufgaben hat und selbst bei einigermaßen Aufgaben, die Proctoring erfordern, ist es eigentlich im Prinzip nutzlos, weil man aus studentischer Sicht immer irgendwie ein Angriffsvektor, immer eine Hintertür finden kann, über die man dann trotzdem möglicherweise sich einen Vorteil verschafft. Und das ist dann wiederum, also erfordert einen größeren technischen Aufwand, der also zumindest nach unserer Fernprüfungsverordnung eben, es gibt nur eine Kamera, es gibt keine Raumschwenks, es gibt keine zweite Kamera im Raum, es gibt keine 360-Grad-Überwachung, es gibt sozusagen keine fernen Root-Admin-Zugriffsrechte auf dem Rechner, die man aber bräuchte, um Proctoring sozusagen wirklich sicher zu machen und das wäre aber unverhältnismäßig gegenüber anderen Studierenden. Fünfte These, es ist viel besser, anstatt einer großen Prüfung am Ende und alles von dieser einen Prüfung abhängig zu machen, einfach eine große Prüfung durch viele kleine Prüfungen zu ersetzen. Auch das machen wir bereits, zumindest bei der Prüfungsvorleistung. Und die sechste These ist aus Sicht einer, ich sage jetzt mal sehr, aus unserer Sicht sehr großen Uni wie der TU München, vielleicht nicht so interessant, aber aus Sicht einer kleineren Uni wie der Uni Magdeburg, vielleicht tatsächlich eine Idee, die es zu überlegen gelte. Wenn sich Open-Book-Prüfungen, unüberwachte, kompetenzorientierte Open-Book-Prüfungen auf breiter von durchsetzen, dann ist es ja überhaupt gar nicht mehr notwendig, alle Studierenden zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu prüfen. Dann könnte man einfach sagen, ja, so ein bisschen wie in einer Fahrschule, ich fühle mich jetzt bereit dafür, an der Prüfung teilzunehmen und dann melde ich mich an und dann mache ich halt einfach die Prüfung. Egal, wann das sozusagen ist, wenn ich aus lernenden Sicht, aus studierenden Sicht nicht dafür bereit fühle, genug Kompetenzen aufgebaut zu haben, um an dieser Prüfung teilzunehmen. So, und damit würde ich sozusagen kurz zusammenfassen, dass aus meiner Sicht gute Prüfungen authentisch sind, aus studentischer Sicht auch irgendwie sinnvoll, nicht albern, nicht banal, zeitgemäße Inhalte abbilden, eben kompetenzorientiert und nicht einfach nur wissensreproduktionsbasiert sind und damit auch nicht googelbar. Und ich glaube, das, was wir leider bisher so ein bisschen machen, ist in vielen Fällen, ja, so ein Straßenlampen prüfen. Also, wenn man im Dunkeln seinen Autoschlüssel verliert, sucht man auch erst mal unter der Straßenlampe, weil es da hell ist. Das ist aber nicht notwendigerweise die Stelle, wo man den Schlüssel verloren hat. Also, wir prüfen das, was sich einfach prüfen lässt. Wir prüfen aber nicht das, was vielleicht tatsächlich für wirklich die, das Erreichen des Lernzieles das Relevanteste ist. So, und damit bin ich am Schluss und bin jetzt mal sehr gespannt, was das Graphical Recording in der Zeit so produziert hat.